Wuhu! Ja! Oh, hey! Seht euch das an! AJ und ich sind in der Monster-Arena und wollen die tolle neue Show sehen. Ja! In der Show gibt's eine steile Rampe, riesige Loopings und einen Sprung über ein riesen, riesen Rad. Und wir kennen einen Monster-Truck, der es liebt, die gewagten Stunts zu machen. Es ist... Darrington! Ha! Aber wo steckt er nur? Helft uns ihn zu suchen! Wo seht ihr Darrington? Ja! Da ist er! Oh, Mann! Darrington! Tada! Wie geht's, Darrington? Wir freuen uns schon sehr auf deine Stuntshow heute. Du bist so mutig, dass du dich das alles traust und dazu noch allein. Ha! Das ist ja das Gute! Bei der Show mache ich es nicht allein. Ich mache alles mit... ...meinem Mietekätzchen! Mäu! Ist die niedlich! Ich hab dich auch lieb, kleines süßes Kätzchen! Wow, Darrington! Ich wusste ja gar nicht, dass du ein Kätzchen hast! Blaze und AJ, ich stelle euch hiermit die erstaunlichste Katze der ganzen Welt vor! Mein tolles... ...Stunt-Kätzchen! Wow! Ein Stunt-Kätzchen? Genau! Stunt-Kätzchen liebt Riesensprünge und Loopings ganz genauso sehr wie ich! Wir sind das perfekte Team! Mäu! 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 Mäum! Mä-mä-mä-mä-mä-mä-Mä-mä! Ganz genau mein Kätzchen! Sie ist doch mein Schätzchen, denn wir zwei Kumpel sind ein.. Perfektes Paar! Mäu-mä-mä-mä. Trotz jeder Gefahr, wir sind unbesiegbar! Mäu-mä-mä-mä-mä-mä-mä! Miau, 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 miau! Ja, das find ich auch! Gäbs für uns Punkte, hätten wir 10 von 10! Mit Kätzchen und mir wird der Spaß nie vergehen! Miau, miau, miau! Weil wir uns gut verstehen, wir sind ein perfektes Paar! Kätzchen! Perfektes Paar! With you! Perfektes Paar! Juhu! Jaha! Du und Stunt-Kätzchen, ihr seid fantastisch! Oh, komm, Stunt-Kätzchen! Es wird Zeit für unsere große Show! Bis dann! Viel Glück euch beiden! Crusher! Crusher! Das musst du dir ansehen! Derrington und Stunt-Kätzchen starten gleich mit ihrer großen Stunt-Show! Ja, ja, Picki, ich guck's mir gleich an! Ich muss nur noch diesen Ketchup aus der Flasche kriegen! OK, Stunt-Kätzchen, bist du bereit? Ja! Miau, miau, miau! Dann geht es, jetzt los! Miau, miau! Miau, miau! Achtung! Ein incorrectly gewodener Hotdog kommt alle an! Mieu! 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 Und den Hotdog-Ballon davon. Die Kleine macht sich große Sorgen um Darrington. Alles okay, Stankätzchen. AJ und ich sind da, um zu helfen. Ja, wir helfen dir, Darrington zu retten. Wir müssen nur schnell genug sein, um den Hotdog-Ballon einzufangen. Komm mit, Stankätzchen. Los geht's, wir retten unseren Freund. Ja, yum, yum. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, ha. Ja, ha, ha. Wir geben Gas. Oh, los geht's. Für den Motorbromen auf voller Tour. Oh, los geht's. Wir haben Spaß und düsen los. Wir müssen los. Kommt alle schnell, wir müssen los. Wir müssen los, wir müssen los. Erster Gang und wir fahren los. Wir müssen los, wir müssen los. Kommt alle schnell, wir müssen los. Wir müssen los, wir müssen los. Wir müssen los, wir müssen los. Oh, los geht's. Wir müssen los. Oh, los geht's. Wir müssen los. Oh, oh, ein Verkehrsstau. Wenn wir Darington retten wollen, müssen wir dringend an dem Stau vorbeikommen. Hey, ich glaube, Stankätzchen hat eine Idee. Miau, 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 miau. Sie meint, wir sollen einfach drüber springen. Miau, miau. Das ist eine super Idee, Stankätzchen. Aber um so weit springen zu können, müssen wir vorher stark beschleunigen. Ja, wenn man ein bestimmtes Tempo fährt und dann aufs Gas tritt, beschleunigt man. Komm mit, Stankätzchen. Miau, miau, miau. Um über den Stau zu springen, müssen wir unser Tempo auf sechs beschleunigen. Zählt mit uns bis sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir haben's geschafft. Du hast recht, Stankätzchen. Schon wieder ein Verkehrsstau. Und der hier ist noch länger. Für diesen Sprung müssen wir diesmal auf ein Tempo von zehn beschleunigen. Zählt bis zehn mit uns. Fangt bei sechs an. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Juhu, oh yeah. Juhu. Tja, da ist nur noch ein Stau vor uns und der ist der längste von allen. Für den Sprung müssen wir diesmal auf 15 beschleunigen. Zählt bis 15 mit uns. Fangt bei zehn an. Zehn und elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Juhu. Juhu. Und wieder geschafft, Stankätzchen. Oh, Hilfe. Seht mal, da fliegt Errington. Hilfe, Stankätzchen. Halte durch, Errington. Wir kommen. Blaze und Stankätzchen auf zur Rettung. Was machst du da? Oh, hey Crusher, du kommst gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie ich durch den Looping sause. Durch ein Looping sausen? Pff, wieso sollte man sowas machen? Aus vielen Gründen. Denk nur an die Aufregung, Hochspannung und die Menge rast. Die Menge rast? Einen Moment mal. Wenn die Menge für irgendwen rast, dann ja wohl nur für mich. Na, weg da, Picki. Ich fahre den Looping. Wow, Crusher. Du bist so mutig. Du fährst diesen Looping, der direkt in einem Fass mit Stinke-Socken endet. Stinke-was? Puh, so eklig. Pada! Achtung, ich komme! Pada! Hallo, Vögelchen! Du hast recht, Stunt-Kätzchen. Das ist Derrington. Wir müssen ihn einholen. Warte mal, Stunt-Kätzchen. Ich glaube, wir sind nicht die einzigen hier im Dschungel. Blaze hat recht. Das hört sich an wie... ...Stachelschweine! Rastfleck, wir müssen den Stachelschweinen entkommen, bevor sie uns die Reifen zerpiksen. Warte, ich glaube, Stunt-Kätzchen hat eine Idee. Wow, sie schwingt sich an der Liane über die Matschpfütze rüber. Tolle Idee, Stunt-Kätzchen. Dann los, probieren wir es. Ja! Wuhu! Ja, geschafft! Jetzt probieren es die Stachelschweine auch. Aber ein paar haben es nicht geschafft. Seht mal her! Wir wurden von sieben Stachelschweinen verfolgt, aber drei von ihnen sind im Matsch gelandet. Wie viele Stachelschweine verfolgen uns jetzt noch? Vier! Ja! Wie sollen wir den Stachelschweinen jetzt nur entkommen? Miau! 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 Wow, seht mal! Stunt-Kätzchen weiß, wie man ihnen entkommt. Sie surft den Hügel runter. Los geht's, AJ! Wir sind dran! Wuhu! 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 Oh ja! Wir haben es geschafft! Seht mal, die Stachelschweine versuchen es auch. Aber ein paar wirbeln aus der Bahn. Seht mal her! Wir wurden von vier Stachelschweinen verfolgt. Doch drei sind aus der Bahn gekippt. Wie viele sind noch übrig? Eins, richtig! Aber das letzte hat die größten Stacheln von allen. Wie sollen wir dem entwischen? Miau! 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 Das ist eine super Idee, Stunt-Kätzchen. Wir können durch den Looping fahren. Aber dafür müssen wir beschleunigen und richtig schnell werden. Mach mit, Stunt-Kätzchen. Es wird Zeit zu beschleunigen. Miau! 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 Ja! Juhu! 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 Wieder geschafft! Wir sind allen Stachelschweinen entkommen. Sehr gut gemacht, Stunt-Kätzchen. Du hast recht, Stunt-Kätzchen. Da ist Darington. Juhu! Juhu! Wenn wir beschleunigen, dann wollen wir mehr Tempo geben. Wenn wir beschleunigen, dann fühlt sich's an, als wird man schweben. Das Tempo ist ein. Seid ihr bereit? Wenn wir beschleunigen, dann wollen wir mehr Tempo geben. Wenn wir beschleunigen, dann fühlt sich's an, als wird man schweben. Ja, die Beschleunigung. Edi-di-di-bu, edi-di-di-di, di-di-di-di. Piggy, bereitest du schon wieder einen Stunt vor? Ja, das mach ich, Crusher. Aber diesmal werd ich auf das Trampolin springen und in dem Pool da hinten landen. Pff, wieso machst du denn sowas? Weil die Wirkung sensationell ist. Denn wenn ich's schaffe, jubeln alle Leute. Piggy, Piggy! Ich will aber, dass die Leute jubeln. Und Crusher, Crusher, geht zur Seite, Piggy. Ich mach diesen Stunt. Wow, Crusher. Ich wusste nicht, dass du so mutig bist, auf ein Trampolin zu springen, um dann in einem Pool mit Joghurt zu landen. Joghurt? Crusher, Crusher, Crusher! Da fliegt Errington. Direkt vor uns. Oh-oh. Der Hotdog-Ballon fliegt mit ihm weit raus aufs Wasser. Um ihn einzuholen, brauchen wir jetzt etwas, das uns schnell über das Wasser bringt. Hey, ich weiß auch schon was. Ein superschnelles Speedboot. Die sind sehr leicht und haben zwei kräftige Motoren. Damit gleiten sie superschnell über die Wasseroberfläche. Macht mit, lasst uns eins bauen. Zuerst bauen wir mal die Gleiter. Die wiegen nicht viel, damit unser Boot leicht über das Wasser gleiten kann. Um die Gleiter zu bauen, ruft Gleiter bauen. Gleiter bauen! Jetzt bauen wir die Schiffsschraube. Wenn sich die Schiffsschraube dreht, schiebt sie das Boot vorwärts. Um die Schiffsschraube zu bauen, ruft Schiffsschraube! Schiffsschraube! Zuletzt brauchen wir zwei kräftige Motoren, damit wir richtig schnell fahren können. Um die Motoren zu bauen, ruft Motoren! Motoren! Oh ja! Ich bin eine superschnelle Gleitsspeedboot-Monstermaschine! Oh ja! Du hast recht, Stuntkätzchen! Da ist Darrington! Hm, sein Ballon fliegt ganz schön weit oben. Um ihn zu retten, müssen wir irgendwie da hochkommen. Hey, ich glaube, Stuntkätzchen hat eine Idee. Cool! Stuntkätzchen benutzt einen Fallschirm, der sie sehr hoch in die Luft zieht. Ja, das nennt man Parasailing. Stuntkätzchen, du bist da! Oh, tausend Dank, ihr Jo! Oh nein! Oh nein! Stuntkätzchen möchte Darrington retten. Aber sie fliegt nicht hoch genug, um ranzukommen. Keine Sorge, ich weiß, wie wir den Fallschirm höher fliegen lassen. Wir müssen nur mit unserem Boot schneller fahren. Und dafür müssen wir beschleunigen. Ja! Damit Blaze schneller wird, ruft Beschleunigen! Beschleunigen! Es funktioniert! Wenn ich schneller werde, fliegt der Fallschirm viel höher. Wuhu! Wuhu! Fliegt Stuntkätzchen genauso hoch wie Darrington? Nein, noch nicht. Sie muss noch höher fliegen. Wuhu! Hilf mir, Stuntkätzchen! Damit Stuntkätzchen höher fliegt, müssen wir noch schneller werden. Ruft Beschleunigen! Beschleunigen! Wenn wir schneller werden, fliegt Stuntkätzchens Fallschirm noch höher. Wuhu! Fliegt sie jetzt genauso hoch wie Darrington? Nein, sie muss noch ein Stückchen höher fliegen. Hey, seht, da zieht eine Gewitterwolke auf. Gewitterwolke? Nein! Stuntkätzchen, Hilfe! Los, um Darrington zu retten, müssen wir aber unbedingt noch sehr viel schneller werden. Ruft mit uns Beschleunigen! Beschleunigen! Juhu! Fliegt Stuntkätzchen jetzt genauso hoch wie Darrington? Ja! Wow! Miam, miam, miam! Stuntkätzchen! Ja! Juhu! Ja! Sie hat's geschafft! Oh, Stuntkätzchen, du bist wirklich das mutigste Mietekätzchen auf der ganzen Welt! Miam, miam, miam! Und jetzt alle mal gut festhalten, da wartet noch eine Show auf uns! Ja! Los geht's! Juhu! Was ist los, Crusher? Ich darf nie irgendwelche coolen Stunts machen, bei denen die Leute für mich jubeln! Naja, ich wollte ja nichts sagen, aber zufällig kenn ich noch einen Sprung! Da drüben! Und du glaubst danach jubeln, die Leute? Das garantiere ich dir! Aber du solltest es vielleicht lieber nicht tun! Aus dem Weg, Piggy. Ein Sprung wartet auf mich. Junge, du bist wirklich mutig, Crusher. Ich hätte nicht gedacht, dass sich jemand traut, in eine Wanne voller Matsch-Bananen zu springen. Wanne voller Matsch-Bananen? Hey, seht mal, Leute, da! Ja, sie sind wieder da! Darington! Juhu! Miau, miau, miau! Alles klar geschafft! Ja, miau, miau! Ganz genau, Stunk-Kätzchen. Jetzt kann sie starten, unsere große Show! Wow! Aber wenn ihr die großen Loopings und den Riesensprung schaffen wollt, dann müsst ihr superschnell sein. Gut, dass wir Power zum Beschleunigen haben und superschnell werden können. Wir benutzen Turbospeed. Wuhu! Ja, ja! Seid ihr alle dabei, fahren wir alle gemeinsam! Jaha! Damit wir Turboschnell werden, ruft! Gib Speed! Gib Speed! Wuhu! 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 Tada! Oh yeah! Super Sprung, Leute! Ja, der, miau, miau! Du hast recht, Stunk-Kätzchen! Hihihi! Ich fand auch, der Sprung war perfekt! Nya, 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 nya!